Hallo Leute, ich habe ganz vergessen, was zu sagen. Eigentlich nicht so großartig Wichtiges, wenn ihr aus Deutschland kommt, aber ich habe meinen zweiten Kanal aufgemacht und das Ganze mit englischen Videos. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da... Na ja, sagen wir so, mein Hauptaugenmerk wird immer noch auf dem deutschen Kanal liegen, auf jeden Fall. Und da werde ich halt mehr produzieren. Ich habe jetzt, glaube ich, fünf Videos in zwei Wochen gemacht oder so auf dem anderen Kanal, und das auch jeweils nichts großartig aufwendig ist. Aber hilft mir, mein Englisch zu verbessern und hilft vielleicht ein paar Leuten, meine Videos zu verstehen, die kein Deutsch können. Also, ich wollte es euch nur sagen und ob ich es dann euch angucken möchte, ist eine andere Sache. Na ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich wollte das nur nicht auf meinem Kanal hochladen, weil das wäre zu vermischt. Also es hat verschiedene Sprachen, das ist... Nee, nee, nee. Also der Kanal ist hier natürlich ganz groß verlinkt auf dem Bild und das ist natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Also, ja, mehr wollte ich gar nicht. Bis dann. Ciao, ciao.